Sag nicht, der hat dich jetzt umgefläht, da wo du standest. Hier sind keine mehr. Oder? Ah doch, hier. Ah ja, doch, hier. Ich bin nur ein bisschen vorsichtig, weil die Honks hier noch rumrennen. Wobei ich vermute ganz stark, dass Golden Boy in deinen Stacheln am Strand hängt. Müssen wir eigentlich mal gerne mal gucken gehen. So, ich guck nochmal, weil ich glaub, das ist ja letztlich gewesen. Aus, zu, aus. Jetzt gucken wir das mal. Erstens, dringend. Machst du denn immer den Boden weg, oder was machst du mit den Dingern? Ich muss ja hier einmal abbauen, um woanders ranzukommen. Ah, okay. Ich wollte ja eh hier so ein Dach draufpacken, dass dann, wenn die Dinger fliegen, dass die dann... Oh, mein Auge zuckt. Alter, da drinnen bleiben. Hä? Ich wollte ja eh nur hier so ein Ding, ein Dach draufpacken, dass die dann auch da drinnen bleiben. Ach, Bubi, kommst du schon wieder? Ja, hi! Hi! Soll ich mal die rote Maske annehmen, mal gucken? Also, er hat mich schon komisch angeguckt, ne? Aber... Willst du ihn da lösen gehen? Nö. Guck mal hier so runter? Ja. Ich weiß auch nicht, ob das bei dem funktioniert oder nur bei den roten Dicken oder so. Ich weiß es nicht. Ja, das ist eine gute Frage. Er hat mich auf jeden Fall gerade angeguckt. Ja, so komisch angeguckt. Hallo. Darf ich sie erlösen? Oh, mein Gott. Ich finde es übrigens sehr schön, wie sich die Maske an den weit aufgerissenen Mund anpasst. Sie haben mir beide verloren. Das tut mir aber leid. Geh mal kurz vorne gucken. Das misst ihr eigentlich am Lager? Nee, ne? Nee. Treibt die sich rum? Ach, die ist da vorne irgendwo. Wie sieht's denn hier unten aus? Was willst du? Willst du testen, ob die wehtun? Ja, kannst du tun. Mach mal. Teste, ob die wehtun. Der nächste Trupp ist unterwegs. Ich hab ein neues Spielzeug. Wir können ja gerne mal mal eine Runde spielen. Ah, mit R kannst du Munition wechseln. Ich hab dich gesehen. Ach, wir haben nur die Flinden, ne? Ich mag mein neues Spielzeug. Ja, komm her. Ja. 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 Sondereinladung oder was wird das hier? Ich werde dir nicht in der Herrin. Nein. Ich werde der Herrin mit wr�� sin. Ich werde mit dem parties herausklamen. Entspielt zu der Herrin. Ja. jetzt wird auch noch welche wir haben dort klaut Wie noch was? Dankeschön für's Freude. Ob man mit diesen speziellen Seil vielleicht diese Brücken baut, nicht mit den normalen Seil. Ja, so ist es auch, es ist ganz zu heilen, du brauchst halt die Wand, ne, so eine... Ach, der ist so schieb. Du brauchst halt eine andere Wand. Du kannst von der Bodenplattform aus selber, glaube ich, keine Dings rüberziehen. Oh, hast du mal Essen mitgebracht? Oh, Dankeschön. Dankeschön. Du nimmst dir auch was von, ne? Oder du nimmst den Fisch aus der Reuse, das kannst du auch machen. Könnte zwar schon ein bisschen älter sein, aber... Ja, der ist älter. Guckst du dir an, die Rockenfische. Einmal baden. Einmal baden. So. So. Oh, ich hab noch. Oh, ich hab noch. Guckst, guckst. Ah, komm, einen kann man mitnehmen. Wöder Vogel. Wöder Vogel. Wöder Vogel. Die Vögel versuchen ans Kaninite zu kommen. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. In der Ferne sieht das bei den Vögeln immer aus, als hätte die so einen Schweif, der sich herziehen. Hallo? Okay. Okay. ... ... ... ... ... ... ... ... . Das war's. Ja. Ey, Missy. Da geht die Amel vorbei, will sich dann auf die Klippe setzen und geht so weit, dass sie über die Klippe fällt beim Hinsetzen. Schön. Na, geht's dir gut da unten? Ah, Herrlich. Herrlich, du bist drop, ey. Du bist ein drop. Ja. Jetzt ist sie ganz unten. Äh, Missy? Missy? Ja, jetzt musst du einmal den Strand langlaufen, so. Ah, hier. Komm hier hin. Ja, da kommst du nicht weit. Da ist ne Wand. Muss auch gerade aufpassen, die nicht runterrutsche. Ja komm, hier hoch. Ja komm, hier hoch. Hm. Und der andere sitzt hier, wenn du die Mauer da oben nicht gebaut hättest, ne? Wird der ständig den, 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 den Kram auf den Kopf kriegen. Kevin? Was war das denn? Jetzt ist Kevin wie sie durch die Gegend gerannt. Oh, 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 Halt! Halt, Block, Halt! Wieso cool hast du hier runter? Ah, Missy. Ich weiß gar nicht, hat der irgendeinen Auftrag? Sollte eigentlich nicht haben. Mach Pause. Geh. Geh. Geh irgendwo hin. Aber versuch dich zu brennen. Ich bin immer so schlecht. Das ist alles klar. Nein! 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 Oh! 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 Oh. Oh. Oh! 8 ich weiß nicht wie ich es nennen soll Marek wir haben es bei jeder Kindersicherung er ist aber auch der Grund wir müssen wirklich Kindersicherung bauen Alter so das geht ach so schlafen sollte ich vielleicht auch noch drücken das geht so gar nicht wir jetzt noch aufpassen müssen dass die uns da nicht runterfallen ich würde den Zaun dann machen wenn ich das Gebäude mache ok weil wenn wir es andersrum setzen haben wir ja wieder das Problem mit dem platzieren Alter wie Kinder ne nur mit dem Unterschied dass der eine Spezialeinheit ist und der andere Mutant mit der Knarre und eigentlich auf uns aufpasst ups jetzt ist er auch runter gefallen ja was soll ich da zu sein was soll ich da zu sein was soll ich da zu sein ja kommt er auch noch ja rein damit zumindest sind die da sicher ja du meinst zumindest machen sie da kein Bullshit ja nein ich will das äh kann ich die Fackel abnehmen hier ja gar nicht äh äh nein dich brauche ich gerade mal rein nicht nicht Alter kannst du mal das ist doch nicht wahr bleib doch einfach stehen du blöder ruhig konnt dich doch gerade noch teilen warum geht denn das jetzt nicht dass man will das wirklich verarschen oder was das ist doch immer lustig oder das konnte man noch mal teilen für feuer oder nimmst du so zum feuer dann hin ich weiß Prozent die beiden hellen lange Lulatsch ist in den Stacheln hier vorne und ist das nicht passiert keine Ahnung aber der ist jetzt in den Stacheln ich hoffe der stirbt auch da drinnen er ist tot ich muss sagen ich habe ihn schon vermisst eigentlich hat er uns ja jeden Morgen gegrüßt eigentlich hatte er uns ja jeden Morgen gegrüßt vielleicht hat er andere Termine man weiß es ja nicht was ich mich bei dem hier aber frage ich muss ja auch was reingeht wieder raus kommen ja er hat durch den Mund oder was ja einer Zwilling hat die Arsch willst du wissen dass die inneren Organe auch alle komplex geteilt werden vielleicht jeder hat seinen eigenen Darm ich bin auch hier dann nicht aber ich bin nicht verletzt ja aber das hat halt wie gesagt das ist unabhängig davon du kriegst ja auch essen obwohl du satt bist also ich krieg meistens Essen von dir wenn ich hungrig bin krieg immer was weil ich bin zum Beispiel nicht verletzt naja wen jetzt hat sie sich befreit wo ist er hast du den Arbeiten geschickt nö Carol Kevin Klein der ist unten in deinem Turm drin und guck durch die Rillen auf den Stuhl ne ne der steht an der Wand und guckt jetzt ist er wieder raus und hat halt durchs Fetzer geguckt ja herrlich ich bitte nur erlebst du was so dich müsste ich aber eigentlich schon mal umstellen kann ich dich weil die anderen sind nicht so nah am Rand kann ich dich aufheben ja gar nicht ja das hier die müssen wir noch Ja. So. Gehen wir zu schauen. So. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich will dich halt nochmal neu setzen. Zum Armee da weiter. Ja.